Ja, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute ein paar Thesen, ein paar Gedanken mit euch diskutieren können. Ja, es ist schon richtig angesprochen worden, Online-Dienstleistungsplattformen ist jetzt einmal so ein allgemeiner Begriff. Vielleicht einfach noch kurz zur Entstehung, wie wir sozusagen auf das Ganze gekommen sind. Wir beschäftigen uns beide in der Arbeiterkammer mit Aspekten der Digitalisierung, Auswirkungen auf Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Wirtschaft. Also diese ganzen Schlagwörter rund um smarte Modelle und smarte Wertschöpfungsketten und diese schönen Schlagworte wie Industrie 4.0 und Share Economy, die kommen da immer wieder im Diskurs vor. Und wir haben heuer uns, eigentlich im letzten Jahr überlegt, rund um den Momentum-Kongress, uns einfach mal ein paar etablierte Online-Plattformen, die eigentlich nicht so richtig in diese Kategorien passen, anzusehen und uns anzusehen, wie man da vielleicht gemeinsame Thesen, gemeinsame Kategorien, gemeinsame Schlüsse aus der gemeinsamen Beschaffenheit bestimmter Plattformen oder bestimmter Geschäftsmodelle ziehen kann und was die für Auswirkungen auf Arbeit haben und was da eventuell auch politische Ableitungen sein könnten. Und wir haben hier einige dieser Plattformen einmal dargestellt, ihr kennt sehr viele davon mit Sicherheit, die einen kennen es von außen, die anderen kennen es von innen, je nachdem. Es sind Plattformen, die leicht zugänglich sind und die alle in Österreich sozusagen, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, auch dementsprechend intensiv werben, auch sozusagen um Endverbraucher, Endverbraucherinnen werben und wir haben da wahlweise einige mal herausgenommen und uns einfach angeschaut, was sind so gemeinsame Strukturvariablen dieser Plattformen. Wir haben da beispielsweise mal jackrobin.com, da geht es also um Paketmitnahmen, Paketbeförderung, lass andere schreiben, das ist jetzt weniger sozusagen in Richtung Ghostwriting, sondern ganz stark auch in Richtung Texten, Korrektur, Lektorate. Wir haben MyHammer als bekanntes Haushalts-Dienstleistungsanbieter-Plattform und dann noch die beiden hierherum Helpling, Jack Robin bzw. Clickworker. Vielleicht machst du auch noch ein paar Worte. Ja, Bucke, Tiger und Helpling haben gemeinsam, dass die beiden Putz-Dienstleistungen vermitteln und Clickworker ist ein klassisches Beispiel für Crowdwork. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ganz kurz, was sind typische Kennzeichen oder Gemeinsamkeiten von den Arbeitsbeziehungen, die da neu entstehen? Es gibt nicht mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern ganz wesentlich dazwischen in Wahrheit die Plattform. Das heißt, es gibt einen Auftrag, der einen Kunde, der via Plattform versucht, Zugang zu einem Arbeitnehmer zu finden. Es gibt dann noch den Spezialfall Crowdwork. Da ist es so, dass die Arbeit nicht nur digital vermittelt wird, sondern auch digital verrichtet wird. Das heißt, große Aufträge werden in viele kleine Portionen gegliedert, in sogenannte Mikrotasks und werden dann über eine Internetplattform an die Crowd, an eine Masse, ausgeschrieben. Auftraggeber und Auftragnehmer kommen dabei nie direkt in Kontakt. Die kennen sich nicht, die bleiben anonym, weil die Kontaktdaten dazu nur die Plattform oder die Plattformbetreiber besitzen. Die Arbeit selbst wird auch online anledigt. Und diese Modelle waren am Anfang eher so aus dem Programmierbereich, das heißt aus einem sehr internetaffinen Bereich. Mittlerweile sind sie für ganz viele verschiedene Branchen, wo sie angewendet werden. Das größte Beispiel kennt ihr wahrscheinlich bei Amazon, Amazon Mechanical Turk. Da sind heute, die geben selber an, um die 500.000 Crowdworker zu haben, die in den USA für sie arbeiten. Mittlerweile haben sich die auch schon organisiert. Es ist nämlich so, dass für diese Mikrotasks keine besonders hohen Löhne gezahlt werden, sondern weniger als Sendbeiträge. So ein klassischer Mikrotask ist zum Beispiel jene Arbeit, wo der Computer noch nicht schlau genug ist, sie zu erledigen. Plattencover bewerten, ob die jugendfrei sind oder nicht. Das kann der Computer nicht. Dafür braucht man einen Crowdworker. Die werden aber nicht angestellt, sondern pro Klick bezahlt. Pro bewerteten Plattencover, jugendfrei oder nicht, wird ein 0,05 Cent Betrag zum Beispiel bezahlt. Es gibt dabei aber ganz unterschiedliche Vergütungsmodelle. Das heißt, es wird nicht immer pro Klick bezahlt. Manchmal gibt es auch Wettbewerbsmodelle. Das heißt, es werden diese kleinen Tasks aufgeschrieben. Zum Beispiel, programmiere einen minimal kleinen Teil von einem Programm. Wer das am schnellsten oder am besten erledigt, kriegt das Geld. Alle anderen kriegen es nicht. Und was auch sehr interessant für uns als Arbeitnehmervertretung natürlich ist, es gibt ja keine klassischen Arbeitsverträge, sondern in Wahrheit, die AGBs werden unterzeichnet. Und mit dem Klick, angenommen oder nicht, das soll in diesem Modell den Arbeitsvertrag ersetzen. Was man natürlich dort merkt, ist, dass es einen extremen Konkurrenz- und Lohndruck gibt, weil das Arbeitskräftepotenzial fast schier umendlich ist. Jeder, der einen Internetzugang hat, kann potenziell dort arbeiten. Und dass es de facto keine oder sehr wenig Mitbestimmungsrechte für Crowdworker gibt, wobei es auch da jetzt eben Bewegungen gibt, die langsam anfangen zu versuchen, das zu ändern. Zum Beispiel, indem sie ein ganz klassisches Mechanismen umdrehen. Denn was auf all diesen Plattformen auch passiert, ist, dass die Crowdworker bewertet werden durch die Kunden. Und die drehen das jetzt um und sagen, ja, aber wir bewerten auch unsere Auftraggeber, basteln sich eigene Plattformen, bezahlt der verlässlich oder nicht, mit wie viel Geld kann man da rechnen und so weiter. Das heißt, da ist auch ein bisschen Selbstorganisation schon in Bewegung. Ja, wenn man sich die Plattformen anschaut, die wir zu Beginn gezeigt haben, dann sieht man eigentlich sehr schnell, das ist was anderes. Also es geht nicht um das Verrichten von Arbeit online, es geht schon sozusagen am Ende des Tages um das Verrichten von konkreter Arbeit im Hier und Jetzt. Und sehr viele Plattformen sind auch rund um diese Wolke, sage ich einmal Begriffswolke der Shared Economy positioniert. Wobei man da auch sagen muss, das trifft wohl nicht so ganz des Pudelskern. Denn wenn man sich anschaut, was Shared Economy bedeutet, also das sind sehr positive Assoziationen, da denkt man an Teilen, da denkt man an Ressourcenschonung, da denkt man so ein bisschen an Empathie. Also die Idee, die wir von Teilen haben, ist irgendwie auch so in unserer Kultur geprägt, vom heiligen Martin, der dann den Mantel teilt. Das gibt es natürlich, das kennst du ja alle, es gibt Plattformen, auf denen echt geteilt wird, kein Thema. Wenn man sich aber anschaut, sehr viele Plattformen, die im Kontext dieser Shared Economy auftreten und auch von politischer Stelle oft so bezeichnet werden, dann wird da sehr wenig geteilt. Also wenn wir uns ans Bekannter anschauen, bei Airbnb wird nichts geteilt, da wird vermietet. Bei Uber wird nicht geteilt, da werden ganz einfach Personenbeförderungen vermittelt und dann letztendlich auch durchgeführt. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, Dienstleistungen zu sharen. Absolut kein Thema, das wären absolut spannende Möglichkeiten. Auch die gibt es im Sinne der Nachbarschaftshilfe. Also zu sagen, ich koche bei dir zu Hause und du reinigst dafür bei mir zu Hause oder passt auf die Kinder auf oder was auch immer. Wäre natürlich alles denkbare Möglichkeiten, wo es natürlich um eine Ressourceneffizienz auch ginge, die sicherlich sehr positiv sein kann. Bei diesen Plattformen, die wir uns aber angesehen haben, sieht man sehr schnell, da wird Arbeitskraft nicht geteilt. Da wird Arbeit eigentlich nicht geteilt, sondern da wird Arbeit verrichtet und dann auch in der einen oder anderen Weise dann bezahlt letzten Endes von einem Endverbraucher meistens. Es hat dann neben dem Begriff des Crowdwork auch noch einige Begriffe gegeben, die die Dublin Foundation, also Eurofund, im letzten Jahr publiziert hat, wo sie gesagt haben, das sind neue Formen von Arbeit. Muss man sagen, so neu sind sie gar nicht. Aber die natürlich durch die Entwicklung in der Gesellschaft, wo wir immer schneller, immer weiter, zu immer geringeren Grenzkosten kommunizieren, dynamischer werden und leichter möglich und zugänglich werden. Das wäre einerseits der Bereich Casual Work, wo man also sagt, das ist eigentlich Arbeit, die gar nicht als Arbeit wahrgenommen wird, sondern eher so in Form eben von Nachbarschaftshilfe oder Collaborative Work, wo also verschiedene Auftraggeber für einen gemeinsamen Abnehmer arbeiten oder auch vice versa. Das ist ganz spannend, da zieht die Dublin Foundation auch in diesem Bericht immer eine Plattform dazwischen. Die nennen sie, das ist ganz lustig, Umbrella Company. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine diskursive, bewusste Verbindung zu Resident Evil gegeben hat, aber man hat sie zumindest so genannt. Und was eigentlich die Share-Economie oder das, was oft im breiten politischen Diskurs als Share-Economie bezeichnet wird, gemeinsam hat, ist eigentlich seltener das Teilen, sondern vielmehr, dass es da einerseits klar um Produkte, aber in diesem konkreten Fall auch um Arbeit und Dienstleistungen geht, die online vermittelt wird, die über eine Plattform vermittelt wird, wo ich gemeinsam einen dritten Betreiber habe, eine dritte Kraft, die immer stark von Netzwerkeffekten profitieren und deren Geschäftsmodelle letzten Endes auf Netzwerkeffekten basieren. Denn es ist ja nichts Neues, Mitfahrt für ersten hat es immer schon gegeben, nur am schwarzen Brett am Institut habe ich halt nicht so viele Menschen erreicht wie in der Cloud sozusagen. Und auf Basistesten haben wir eigentlich gefunden, okay, für diese Vermittlungsplattformen gibt es eigentlich jetzt nicht so richtig eine trennscharfe begriffliche Abgrenzung und haben dann einfach begonnen, okay, schauen wir uns einfach einmal einige, die in Österreich schon gut etabliert sind oder waren, muss man jetzt sagen, aber die zumindest aufgetreten sind, an und schauen wir uns an, was gibt es eigentlich so für gemeinsame Merkmale von denen, auch über die sozusagen, über den Außenauftritt hinaus. und unser Interesse war uns einmal anzuschauen, naja, wer steht eigentlich hinter diesen Plattformen? Also, es gibt natürlich tausende Plattformen, die tatsächlich als Startups von Einzelpersonen betrieben werden oder kollaborativ betrieben werden, aber bei denen, die sozusagen auch ordentlich Geld in die Werbung reinbuttern, ja, wer steht da dahinter? Wie kommunizieren diese Unternehmen, weil es sind Unternehmen, meistens in allen Fällen, wo wir uns das angeschaut haben, auch Kapitalgesellschaften dahinter, was ist eigentlich ihre Rolle? Also, wie definieren sie selbst ihre Rolle? Worauf bauen sie ihre Geschäftsmodelle auf? Und was ist eigentlich rund um Preis und Leistung die vertragliche Ausgestaltung? Also, welche vertragliche Leistung geben die vor? Und da ist gleich einmal der erste Punkt, da habe ich jetzt einmal nur drei bekannte Beispiele, die sozusagen relativ leicht zugänglich sind. Da sieht man eigentlich recht schnell, ja, es ist gut möglich, dass das noch vor wenigen Jahren Startups waren, mit, wo sozusagen Einzelunternehmer und Selbstständige dahinter gestanden sind. Es sind aber mittlerweile sehr viele, einfach schon einen Schritt weiter und sind halt größere Kapitalgesellschaften mit durchaus prominenten Kapitalgebern im Hintergrund. Jack Robin, die also in Österreich mit Paketmitnahme sozusagen auf den Markt dringen, hat zwei ganz prominente Eigentümer, wenn man da im Firmenbuch nachschaut. Das ist einerseits Adela Dogudan von Don Co. und das ist andererseits eine Investmentfirma, die zu 100% auf den Rennfahrer- und Flugunternehmer Niki Lauda zurückzuführen ist. Helpling, Reinigungsdienstleistungen, ist eine GmbH und die direkte Mutter sitzt schon einmal in Luxemburg. Und dahinter, wenn man weiter recherchiert, steht das Unternehmen Rocket Internet, das eben in Internetfirmen investiert. Mittlerweile hat Eigenangaben 3,1 Milliarden Euro Portfolio-Wert angibt und wo auch noch neben Helpling auch andere bekannte Unternehmen im Portfolio sind. Unter anderem schon auch das größere Unternehmen Zalando, das kleinere Unternehmen HelloFresh. Das wären so bekannte Unternehmen, die man da im Portfolio hat. MyHammer auch recht bekannt. Der Eigentümer dahinter ist es nicht so bekannt, die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Aber das kennt man dann, wenn man sich die Marken anschaut. Also Kippenheurer Witsch, Rowold in Verlage, das ist so eher im High-Level-Bereich. Spotlight kennen vielleicht noch einige aus der Schulzeit. Das waren diese fremdsprachigen Freizeithefte. Das ist halt irgendwie Spotlight, Spotlight war das Englische, dann Ecoute war glaube ich das Französische, Adesso das Italienische. Also man sieht sozusagen, da gibt es durchaus gebündelte Hintereigentümer, die dementsprechende Portfolios auch aufweisen. Ja, die zweite These, auf die wir recht schnell gestoßen sind, ist, was die Plattformen meiden, wie der Teufel das Weihwasser, ist der Begriff Arbeit und der Begriff arbeitende Menschen oder Arbeitnehmer. Weil sie wollen ja nicht in eine Situation kommen, wo sie mehr als Vermittler sind. Was machen sie also? Sie werden sehr kreativ und sie erfinden neue Namen, die sie den Menschen geben, die für sie arbeiten. Zum Beispiel bei Helbling, das sind dann die Helblinge. Bei Booker Tiger nennen sie die Leute, die dafür sie putzen, Tiger. Es gibt dann auch ein schönes Werbevideo, wo geworben wird mit dem Originalzitat, Tiger sind sehr reinliche Katzen. Das heißt, da werden, ist eine schöne Metapher auch, oder wir sprechen von Professionals, bei Jack Robin von Mitnehmern, Handwerker ist noch das arbeitähnlichste Wort, auf das wir gestoßen sind, von Privaten und von Nutzern. Also aber niemals wird dort von Arbeit oder von Arbeitnehmern gesprochen. Ja, und das zweite, der Michael hat schon ein bisschen angerissen, Sharing is Caring. Alle diese Plattformen preisen sich auch damit, dass sie jetzt gar nicht in erster Linie für den Profit von irgendwem arbeiten, sondern für das große Gute. Bei Jack Robin geht es natürlich vor allem darum, dass kein Platz oder Geld verschwendet wird. Das ist ein zentrales Werbeversprechen. Bei Booker Tiger wird damit geworben, das ist ganz wichtig, dass beiderseitige Interessen vertreten werden. Helbling zum Beispiel, hefte sich auf die Fahnen, Schwarzarbeit zu bekämpfen. Also es ist ganz wichtig, offenbar im Werbeauftritt dieser Unternehmen ihre soziale Verantwortung zu betonen. Ja, was passiert durch dieses Bestehen auf der Vermittlerrolle statt dem Arbeitgeber, ist natürlich ein Rückzug aus den bekannten Rollen und damit auch aus einer Verantwortung. In der Eigenbeschreibung beschreiben sie sich ja auch nicht als Unternehmen, sondern als Marktplatz. Das heißt, da trifft Angebot und Nachfrage, da trifft der Sucher von einer Reinigungskraft und die Reinigungskraft zufällig zusammen und sie sind einfach nur Vermittler. Das ist halt dann insofern ein Widerspruch, weil zum Beispiel dort durchaus mit Fixpreisen geworben wird. Also bei Helbling zum Beispiel ist klar, es gibt einen Online-Rechner, da kann ich mir ausrechnen, meine Wohnung ist 40 Quadratmeter, ich habe zwei Zimmer, ich wohne dort und dort und dann spuckt mir der Algorithmus einen Preis aus, den ich für die zu erwartende Zeit zahlen muss. Und das steht halt dann ein bisschen im Widerspruch mit der Selbstcharakterisierung als reiner Marktplatz. Und wenn man sich dann anschaut, wie geht es den Arbeitsleistenden, die über diese Plattform vermittelt werden oder die im Rahmen dieser Plattform arbeiten, dann gibt es auch immer wieder ganz, ganz ähnliche, wiederkehrende Elemente. Das eine ist das Rating, das Bewerten, aber immer das Einseitige. Nicht so wie wir es bei Ebay kennen, wo sozusagen beide Seiten sich gegenseitig beurteilen, sondern die Person, an die die Plattform gerichtet ist, ein Endverbraucher ratet dann. Und auf der anderen Seite gibt es aber sozusagen hier nicht diese Möglichkeit, was natürlich gerade im Haushaltsbereich schon relativ bedenklich ist, wenn man ja auch sich überlegt, dass es hier einfach auch darum geht, einfach in ganz fremde Haushalte zu gehen und dort Arbeit zu verrichten. Und das ist bis zu einem gewissen Grad eben nichts Neues, aber man muss es schon, glaube ich, immer wieder auch herausheben, es gibt keinerlei Umgang mit bestimmten Errungenschaften, sage ich jetzt mal, der ArbeitnehmerInnenbewegung, die kommen einfach schlichtweg nicht vor. Und in den FAQs, wenn man schaut, bin ich da versichert, muss ich Steuern zahlen, da wird in den meisten Fällen ganz einfach relativ lapidar mit dem Verweis auf Finanzämter, Steuerberater und die Sozialversicherung oder die Gebietskrankenkasse gearbeitet. Also das kommt schlichtweg sozusagen im Modell nicht vor. Also obwohl man sozusagen in vielen Bereichen mit sozialer Verantwortung wirbt und mit ökologischer Verantwortung werden diese Themen schlichtweg nicht angesprochen. Das war so der Versuch, das ein bisschen zu strukturieren und vielleicht zu einem gemeinsamen politischen Rahmen auch zu bringen, wo man dann auch Ableitungen treffen kann. Und ich glaube, ganz wesentlich ist es, dass man hier diskursiv trennt und auch sagt, ja, es gibt die Sharing Economy, es gibt Teilen, aber es gibt auch Plattformen, wo es nicht um Teilen geht, sondern wo es schlichtweg um Arbeit geht. Arbeit ist sozusagen das zentrale Moment, worauf diese Geschäftsmodelle, diese Plattformen passieren. Warum ist das so wichtig? Ich glaube sozusagen, dass wir in vielen Diskussionen hier schon recht weit sind und ich glaube, dass es für uns alle recht klar ist, dass da letztendlich Arbeitsleistung dahinter steckt. Wenn man sich aber beispielsweise die Debatte auf Brüsseler Ebene anschaut, also wir haben da versucht, die Kommission noch einmal stilistisch darzustellen, dann hat die erst kürzlich eine Binnenmarkt-Mitteilung herausgegeben, wo drinnen steht, dass es in der partizipativen Wirtschaft oder in der Collaborative Economy, das ist dann der Überbegriff sozusagen für Plattformen und für das, was andere vielleicht jetzt ein bisschen kritischer Plattformkapitalismus nennen würden, um eines geht, nämlich um mehr Chancen für Unternehmen und Verbraucher. Jetzt ist es ja relativ ein schönes Bild, dass sowohl Unternehmen und Verbraucher mehr bessere Chancen haben, wenn man eben da nicht sozusagen eine dritte Gruppe vergessen würde, die dann doch relativ zentral am Wertschöpfungsprozess beteiligt ist. Und darum, glaube ich, geht es auch darum, dieses Arbeit, einfach einmal in den Vordergrund zu stellen, auf der politischen Debatte auch wirklich zu positionieren. Denn letzten Endes geht es um alte Kämpfe in neuen Gewändern, also es ist alles nichts Neues, Prekarisierungstendenzen sind nichts Neues, prekäres Arbeiten ist nichts Neues, aber es kommt diskursiv sozusagen über eine neue Linie. Und das ist sozusagen für Leute, die in der Szene sind klar, aber wenn man sozusagen außen, nach außen hin mit bestimmten Begriffen hantiert und kommuniziert, ist es so schnell nicht mehr klar, was sich dahinter eigentlich auch versteckt. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, sehr wohl diese Begriffsdebatten führen, muss aber aufpassen, dass man auch die Gemeinsamkeiten nachher kennt. Weil wir haben vorher gesprochen von Crowdworking, von Collaborative Working, von Casual Working. Da gibt es eine breite, sozusagen jetzt wissenschaftliche Debatte darüber, wie das arbeitsrechtlich zu bewerten ist. Wenn man sich aber anschaut, was passiert sozusagen mit den Menschen, die auf diesen Plattformen vermittelt werden oder die da auch ihr Lebenseinkommen bestreiten oder zumindest wesentlich aufbessern, so nämlich, dass sie dann auch ausreichend leben können, dann muss man sagen, da gibt es Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, Debatten, die man führen sollte, beziehungsweise die für, für die diese Debatte als Trigger dienen kann, ist einerseits die Frage, was soll eigentlich Arbeit in unserer Gesellschaft sein? Wie soll Arbeit definiert sein? Was ist auch unselbstständige Arbeit? Was ist wirtschaftliche Abhängigkeit? Und auch so ein wenig die Frage, wer kann wie viel zu Solidarsystemen beitragen? Das ist, glaube ich, heute schon so, dass wenn man sich der Selbstständige und die Versicherung anschaut, dass da von einer kleinen Gruppe so eine relativ große Belastung passiert und von anderen, die heute ihre Geschäftsmodelle darauf aufbauen, dass sie niemanden beschäftigen, sondern nur vermitteln, relativ wenig, wenn man bedenkt, dass das Eintrittsticket für unser Solidarsystem irgendwie dann die selbstständige, unselbstständige, formelle Arbeit ist und die Finanzierung auch über die Lohnsumme größtenteils passiert. Und ich glaube, das sind so politische Debatten, die man darauf aufbauen kann und von unserer Seite eben so der Versuch, das ein bisschen zu klassifizieren und wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Herzlichen Dank für einen Vortrag. Sehr spannende Fragen werden da aufgeworfen und ein paar Passworts entzaubert, wie ich finde. Gibt es aus dem Publikum ein paar Fragen? Wir hätten auf jeden Fall Zeit für zwei, drei Fragen. Bitte. Die Europäische Kommission hat in der letzten Konsultation zu den Online-Plattformen so indiziert, dass sie sich wünscht, Sie hat indiziert, dass sie möchte, und nicht nur diese Online-Plattformen, aber Online-Plattformen generell irgendwie zu regulieren. Genau wie, hat sie nicht gesagt. Und ich möchte fragen, was glauben Sie, dass hier, welcher Eingriff vonseite des Gesetzgebers wäre hier notwendig oder welche umgekehrt nicht? Danke. Also ich glaube, was ganz zentral wäre und was ich glaube, was man auf europäischer Ebene angehen müsste, ist die Frage der Transparenz. Auf das kommt man bei all diesen Sachen immer sehr schnell zurück. Gerade im Bereich der Share-Economy. Solange Behörden nicht wissen, wer dort vermietet, kann man auch niemals, also kann man niemals dazu kommen, dass man das irgendwie reguliert oder unter Kontrolle kriegt. Es versuchen ja mehrere Städte, die schon recht Probleme zum Beispiel im Wohnungsmarkt haben, wie Berlin, wie auch San Francisco, wie Amsterdam, wie New York, die zu regulieren. Ihr Problem ist aber immer, sie können sie nicht fassen, sie kommen nicht, weil sie die nicht zur Herausgabe ihrer Daten zwingen können. Ich glaube, dass hier für Transparenz, wer dort Umsätze macht, das wäre für mich ein ganz zentraler Ansatzpunkt, um anzusetzen. Und das Zweite ist, dass wir eine Debatte über das Verschwimmen von selbstständiger und unselbstständiger Arbeit brauchen, gerade bei den Arbeitsvermittlungsplattformen. Und die Frage, wie man das arbeitsrechtlich unter Kontrolle kriegt, in dem Sinn, dass man nicht eins zu eins das bestehende Arbeitsrecht nehmen kann, weil es eben neue Formen gibt, aber mit der Zielrichtung, dass die Menschen weiter bei ihrer Arbeit geschützt bleiben und von dem, was sie verdienen, leben können. Noch eine Frage? In deiner abschließenden Bewertung hast du gesagt, dass sowohl eine Präkarisierung der Arbeit hier stattfindet, als auch, dass es in Einzelfällen zu einer Aufbesserung möglicherweise der Arbeitswelt der Personen kommen kann. Gibt es da schon eine abschließende Bewertung, die man sozusagen pauschalisieren kann? Oder kommt das dann immer sehr speziell auf die Plattform oder auf die persönliche Lebenssituation der Personen an? Ja, danke. Ich glaube, abschließend kann man das in keinster Weise bewerten bis jetzt. Das ist sozusagen ein erstes Vortassen, sozusagen auch auf eine regulatorische Ebene. Es ist nur so, in den USA, wo es sozusagen gerade im klassischen Crowdworking-Bereich auch schon sehr gute organisierte und selbstorganisierte Interessenvertretungen gibt, also TurkOpticon oder TurkNation bei eben Amazon Mechanical Turk, da weiß man dann schon, dass 60 Prozent der, die dann auf die Befragungen reagieren, überwiegend diese Plattform auch nutzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich glaube, darum geht es letzten Endes. Also wenn das überwiegend so ist, dass es nicht nur ein bisschen ein dazuverdienen ist, sondern schon auch wirklich was Lebensrealitätenrelevantes ist, dann muss man sich auch überlegen, wie man sozusagen damit umgeht und wie man da vielleicht auch Solidarsysteme finanziert und den Arbeitsbegriff vielleicht stärker auch an einer gewissen Form einer Abhängigkeit aufhängt. Aber abschließend bewerten, ich meine, wenn man jetzt hernimmt, die Plattform Helpling spricht in Deutschland von 10.000 Personen, die einmal in ihrem Vermittlungsstand sind, jetzt kann man in Österreich runterrechnen, vielleicht ein Zehntel davon, dann ist es sozusagen jetzt bei der tatsächlichen Vermittlung, sozusagen im Bereich des Haushaltsdienstleistungen noch kein Massenphänomen, wenn man vergleicht, was sozusagen bei klassischen Reinigungsdienstleistungen noch da ein Personenstand ist. Aber ich glaube, man muss da sehr wachsam sein, weil diese Entwicklungen natürlich sehr dynamisch sein können. Ganz kurz nur ergänzen, ich glaube, man muss es auch wirklich differenziert betrachten, weil du schon recht hast, mit verschiedenen Lebenssituationen, man hat auch zum Beispiel gesehen in der Krise in den USA, dass das total zugenommen hat auf Amazon Mechanical Turk, dass es für Leute mit Behinderung oder mit Leuten mit Kindern auch sozusagen eine Möglichkeit ist, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, das ist alles des Teufels, wir wollen Crowdwork verbieten, in keinster Weise. Wir wollen nur, dass man Regeln findet, die man sich ausmacht, dass die Spielregeln dann einfach auch fair sind. Danke. Oh, ich sehe, da gab es noch viele Fragen. Wir haben jetzt insgesamt noch eins, zwei, drei Fragen gehabt. Machen wir noch, ja, spannende Diskussion. Du warst da als Erster, gell? Hallo. Mich würde interessieren, ihr habt es angerissen, dass das auf der EU gerade in der Regulierungsphase ist. Wer sind da jetzt alle involviert auf der politischen Ebene oder die wichtigsten Spieler, weil das hört sich in einem sehr Querschnittsthema an. Wir haben leider heute nur ein Mikro, deswegen dauert das ein bisschen. Also auf der europäischen Ebene kann man mal sagen, es gab von der Europäischen Kommission schon mal eine Mitteilung zu dem Thema. Das ist zumindest eine gemeinsame Position, wo man Fragen aufwirft. Die Kommission hat auch angekündigt, glaube ich, für März oder April einen ersten Vorschlag, was da auf europäischer Ebene zu regeln wäre. Da sind wir sehr gespannt, aber das ist sozusagen auf vielen Ebenen passiert da was. Man muss auch sagen, dass die Stadt Wien beispielsweise schon mit einigen Konferenzen auch öffentlich aufgetreten ist und sich hier auch überlegt, wie gehen wir als Stadt eigentlich damit um. Ich, soweit ich informiert bin, soll es da auch relativ bald mal sozusagen auch konkrete Entwürfe geben. Und das, was wir versuchen, also auf der Ebene der österreichischen Bundespolitik, gibt es mehrere Prozesse sozusagen, wo man jetzt mal beginnt, unter verschiedenen Schlagworten über diese Themen nachzudenken. Das, was wir als Arbeiterkammer dort und auch wir persönlich immer wieder versucht haben einzubringen, ist einfach diese Perspektive Arbeit einzubringen und auch darzustellen, dass das eben nicht vergessen werden darf, weil das sozusagen der Punkt ist, mit dem die meisten Menschen in Berührung stehen, wenn es sozusagen um den digitalen Wandel geht. Unter diesem Schlagwort sind es da einige Prozesse mal gestanden. Aber es gibt auf allen Ebenen sozusagen der Debatten. Auf der europäischen wissen wir jetzt weniger, was da kommen wird. Da muss man schauen, was die vorschlagen. Also jetzt bitte mal die Hände hoch, wer noch eine Frage war. Hier vorne, da hinten drei Fragen noch. Machen wir dann nach den drei Fragen Cut. Dann gebe ich einfach mal so von vorne nach hinten das Mikro durch. Dankeschön. Von Unternehmerseite hört man da immer wieder, dass in Europa, insbesondere in Österreich, alles überreguliert ist. Daher würde ich davon ausgehen, dass es ja für diese Arbeitsverhältnisse, sofern es welche sind, entsprechende Regulierung gibt. Mir fällt dazu ein, Arbeitsvermittlung ist ein gebundenes Gewerbe, einen Befähigungsnachweis gebunden. Wie ist es daher möglich, dass jemand, der diesen Befähigungsnachweis nicht erbringt, trotzdem Arbeiten vermitteln kann? Von dem Ansatz ausgehend würde ich noch weitergehen. Nämlich normalerweise ist bei uns Arbeit daran gebunden, dass man Sozialversicherungsbeiträge zahlt, dass man eine Krankenkasse kriegt, dass man eine Arbeitslosenversicherung kriegt, dass man für die Pensionsversicherung einzahlt. Wie ist sichergestellt bei diesen Verhältnissen, dass diese Sozialsysteme nicht unterlaufen werden? Also nach meinem Verständnis geht es ja darum, dass es eine ganze Reihe von Regulierungen gibt, die von diesen Unternehmern da ganz einfach missachtet werden. Das heißt, die Frage aus meiner Sicht wäre ja nicht, welche Regulierungen findet man, um das einzufangen, sondern eigentlich, welche Änderungen der bestehenden Regulative sind notwendig, damit man das sinnvoll anwenden kann. Danke. Ja, dem kann man im Wesentlichen zustimmen. Es ist halt so, dass im Moment gibt es einmal die Praxis, ich glaube, erstens ist es umstritten, ist es ein Arbeitsverhältnis oder nicht. Wir sehen, es ist ein Arbeitsverhältnis, wenn wir von Crowdwork sprechen. Die Plattformbetreiber sehen das ja nicht. Das muss juristisch ausjudiziert werden, und das ist es noch nicht. Auch Arbeitsrechtler sagen, sie können das im Moment noch nicht bewerten. Wir haben unsere Thesen und Meinungen, die wir gerade versuchen zu bilden, auch in einer grenzübergreifenden Kooperation gemeinsam mit den deutschen Gewerkschaften. Aber man steht am Anfang und man wird ausfechten müssen. Aber ja, sozusagen von der Zielrichtung gebe ich dir recht, es sind die Problematiken, wir müssen nur die Instrumente schärfen und anpassen, damit wir diese Rechte wieder durchsetzen können und eben nicht erlauben, dass solche Geschäftsmodelle entstehen, die darauf basieren, dass sie Sozialstandards entgehen im Wesentlichen. Danke. wieder in die Selbstständigkeit zu entlassen, nämlich viel mehr eigene Entscheidungen zu treffen, mehr Selbstverantwortung zu nehmen, aber dass man trotzdem auf vernünftige Regeln schaut, dass das sauber läuft, weil wenn man schaut, es gibt, was weiß ich, Freeman, die wollen nicht einmal mehr Österreich anerkennen, es ist alles ein Wahnsinn. Wir haben 91 Nationalräte, die über Staatsschutz abstimmen und meiner Meinung nach keine Ahnung haben, was sie da abstimmen und wir müssen das alle ausbauen. Ich möchte eigentlich für mich selbst verantwortlich sein und nicht überreguliert, aber trotzdem auf einer fairen Basis, dass man das findet und ich glaube, es wird sich sehr massiv was verändern müssen hier. Ja, also sozusagen da muss man jetzt glaube ich ein bisschen trennen, sozusagen eine Politikverdrossenheit oder sozusagen grundlegend eine Kritik ans System, die mache ich jetzt nicht einkommen, die eingehen, aber auf die Frage sozusagen Leuten die Möglichkeit geben, selbstständig zu sein, ja natürlich, aber was auch spannend ist, es gibt schon erste qualitative Befragungen zum Beispiel von Crowdworkern und da gibt es wieder auch eine große Differenzierung. Es gibt durchaus einige, zum Beispiel im Design- und Layout-Bereich, die sagen, ja das taugt ihnen mit den Wettbewerben, wenn sie da ihre Logos einreichen können, finden sie super, aber die große Mehrheit gerade von denen, die eher so im gering qualifizierten Bereich arbeiten, in dieser Crowdwork-Tätigkeit, die sagen selber, sie hätten lieber fixe Anstellungsverhältnisse und das wundert mich nicht, weil wenn man sich anschaut, was ein Stundenlohn zum Beispiel ist, auf den man kommen kann bei Amazon durch diese Klickarbeit, dann liegt er weit unter dem amerikanischen Mindestlohn und da ist dann die Freiheit, die ich dadurch gewinne, ein bisschen dann doch wieder nur eine Schimäre. Also fairer Verhältnisse absolut, ich glaube, das muss das gemeinsame Ziel sein. Zurzeit haben wir halt die Situation nicht, wenn sich auf diesen Plattformen quasi Selbstständige mit Selbstständigen treffen, dann werden die alle sozusagen von der selbstständigen Vertretung auch vertreten und es gibt sozusagen strukturell da auch relativ wenig Möglichkeiten, da auch wirklich hinzukommen, es sei denn, man verändert eben langfristig die Arbeitsbegriffe und sagt einfach, okay, wer wirtschaftlich abhängig arbeitet, der soll auch dementsprechend nicht zum großen Kapital gerechnet werden, jetzt so Kapital gesprochen und ich glaube auch, also mit Selbstständigkeit kann sehr viel Positives verbunden sein, sozusagen, also der eigene Chef, die eigene Chefin sein, irgendwie Selbstentwicklung auch sozusagen die eigenbestimmte Arbeit. Na eben, genau jetzt, wenn wir uns da anschauen, also da geht es um Reinigungsdienstleistungen, da geht es um Pakete mitnehmen, also ich glaube sozusagen in diesem Bereich muss man fairerweise sagen, da trifft diese Vorstellung eher seltener und ich glaube, das sind auch die Leute, auf die man da wirklich sich schauen muss. So, und unsere letzte Frage? Also kurz, um auf meinen Vorredner einzugehen, ich glaube, man muss da ganz massiv unterscheiden zwischen tatsächlicher Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit, weil gerade diese prekären, also regelrecht prekären Arbeitsverhältnisse, die man da eigentlich eingeht, haben nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Und das andere, auf was ich noch eingehen wollte, war, was du gesagt hast, mit den speziellen Personengruppen, quasi, für die quasi der Arbeitsmarkt Zugang erleichtert wird dadurch. Gibt es da schon irgendwelche Erhebungen, was da genau passiert, also gerade, keine Ahnung, Personen mit Kinderbetreuungspflichten, Personen mit Behinderung in solche Sachen? Eine kleine Ausnahme, müssen wir einschieben. Eine Anschlussfrage, und zwar, es geht ja im Kern um selbstständige oder unselbstständige Arbeit. Gibt es irgendeine Positionierung von Gewerkschaften in dem Thema? Also, zur ersten Frage, ich weiß, aus einer Studie über Amazon Turk aus den USA, aber ich kenne sie nur so oberflächlich, dass ich nicht weiß, wie genau die darauf eingehen. Insofern kann ich deine Frage jetzt gerade nicht beantworten, ehrlicherweise. Und zur zweiten Position der Gewerkschaft, die tastet sich wie wir da heran. Ganz vorneweg ist da die IG Metall in Deutschland. Die haben eine Seite aufgebaut, Fair Crowdwork. Die haben sich jetzt auch einen Programmierer aus den USA, aus dem Silicon Valley angestellt, der die Tucker Nation in den USA aufgebaut hat. Nämlich genau mit dem Hintergedanken, sie wollen gerne mal in Kontakt kommen mit den Leuten, die es schon gibt. Sie wollen mal herausfinden, wie viele sind das überhaupt in Deutschland. Es ist überhaupt nicht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Da forschen Leute teilweise schon Jahre, dann gehen sie in Sitzungen rein und wieder tauchen drei neue Plattformen auf. Also das ist total schwierig. Und das erste Beschreiben, das wir auch sehr unterstützen, ist zu versuchen, einmal sich einen Überblick zu verschaffen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, das juristisch ein bisschen abzuklären und dann zu einer Positionsfindung zu kommen und nicht gleich mit der super abgeschlossenen Position da rein zu gehen. Was man glaube ich schon noch vorheben muss, wenn wir uns in Österreich die Gewerkschaften ansehen, hat beispielsweise die GPA macht seit längerer Zeit bereits Interessengruppen, Interessenforen, wo es genau bei Work at Flex und Work at Education beispielsweise genau darum geht, sozusagen auch Arbeitende, also Leute, die in letzter Konsequenz arbeiten, um ihr Leben bestreiten zu können, in den verschiedensten Arten und Weisen zu organisieren, unabhängig jetzt sozusagen von der ganz formellen Art und Weise. Also ich glaube schon sozusagen, das ist einfach ein Aspekt, mit dem man umgehen muss und damit wird auch umgegangen. Faktum ist aber sozusagen, dass es von der gesetzlichen Lage sicherlich noch nicht so eindeutig ist, beziehungsweise hier noch relativ trennscharfe Linien bestehen zwischen dem Selbstständig und Selbstständig und wenn man das Ganze ein bisschen an der wirtschaftlichen Abhängigkeit aufhängt, da kommt man schon sehr viel weiter. Herzlichen Dank, ich würde sagen, weitere Diskussionen zu dem spannenden Thema dann nachher im interaktiven Teil anschließend an die Vorträge. Nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Applaus 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 Applaus